Hallo, ich habe ein elektrisches Gerät mit Batterien und das geht auf einmal nicht mehr. Da habe ich die Batterien ausgetauscht und jetzt habe ich mal nachgemessen von den Batterien, die ich hier habe. Okay, die hat nicht mehr viel drauf, die hat nicht mehr viel drauf, aber diese beiden hier, die haben noch knapp 1,5 Volt und die hier auch noch, knapp 1,5 Volt, die kann ich ja noch in anderen Geräten weiterverwenden, die nicht so viel Strom brauchen. Und wenn ihr keine Möglichkeit habt, mit dem Batterietester oder mit dem Multimeter die Sachen durchzumessen, vielleicht habt ihr ja sogar eine Wanduhr. Dort einfach mal hineinstecken die Batterie und wir werden sehen, die Uhr läuft und sie wird wahrscheinlich noch Wochen und Monate laufen, bevor die Batterie wirklich alle ist. Also hier kann man auch wieder ein bisschen Geld sparen.